Das wäre Scarletz' Herausforderung. Ein Duell zwischen uns beiden. Die Regeln will ich nicht erklären. Das ist mir peinlich. Mut, benötigt der Mut mindestens 1000. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Episode 12, Chosen by the Moon. David, ich werde ihn verletzen. Da wird alles ziemlich dunkel auf einmal. David. Ja, Moana. Das ist ein bisschen normaler. Da ist es da. Du hast, du bist mit dem Chess zu machen. Chess ist die erste, dass du wirklich zufrieden hast. Du bist mit dem Spiel zu machen. Du bist mit deinem Spiel zu treffen. Das war's für mich. Vielen Dank. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wenn du dich auf die Welt willst, dann wird die Mika zu sterben. Der Erde ist mir. Dann, du hast dich zu sterben und du hast dich zu sterben. Femme, du hast dich zu sterben. Das ist wirklich ein kurzer Typ. Wir sind mit jemandem zusammen. Das ist nicht so, ich mach es. Es gibt gar keinen Sinn. Da ist nicht mehr Sinn. Da denke ich, dass es viele früher zu verletzten. Das ist scheinbar. Das ist eine große, große Spiel. Das ist ja auch der Last Boss. Fuck yeah, der Endkampf ist auf dem Mond. Da sollten wir genug Platz haben, um alles zu verwüsten, insofern man da was verwüsten kann. Das Haus kommt mir bekannt vor. Fuck yeah, auch eine Art, alle auseinanderzulehnen, jawoll! Fuck! E-Marsch! Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Bombs! Toll, ich hab nichts gesehen! Klatsch! Boah! Na toll! Boah! Boah! Bombs! Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie es eigentlich sollte. Ich alle auch, ich hab meinen Zug abgefunden! Boah! Fuck! Boah! 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 Kotzen! Kann ich nicht einmal ganz in Ruhe in der Kompo machen?! Anscheinend nicht! BAUT! Und der nächste! Und du bist auch im Weg! Wenn nicht anders, dann halt so! Muss ich aber erstmal hier alles auseinander nehmen! Ihr solltet wissen, was hier sollen wir alles für ein Scheiß versteckt ist! Nee, kann ich nicht kaputt machen! Okay, das heißt, ausschauen nach Basenheiten! Und warum ist überall dieser Scheiß-David hier?! Es verschandelt doch die ganze schöne Umgebung vom Haus! Ist doch ekelig! So! Oh! Köpfe! Liebe Köpfe! Und wieder volles Leben! Oh! Oh! Ja! Oh oh! Erstmal! Zur Seite! Och! Mann! Mann! Ups! Den hat es wohl gleich zerlegt so ein bisschen! DAAAX! NET HITTERMACHER! TUSHER! Na, also! So! Oh ne! Schon wieder dieses komische, ich renn durch Spiegel gedöns! Okay, aber vorhin möchte ich wenigstens hier den ganzen Scheiß noch mitnehmen! Toll! Na dann! Moment! Du kommst dir bekannt vor! Boah! Hattest du irgendwie vorhin was gar nicht gehabt? Oder so ähnlich? Ja, stimmt! Das war ein ähnlicher Hoshi! Krass! Aaaaaaah! Schnauze voll! Bauts! So! 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 Heilung anschmeißen! Und dann werden wir hier den ganzen Trotz kaputt hauen! Und dann werden wir hier den ganzen Trotz kaputt hauen! Däh! Oh! Oh! Schön viele Sachen zu zerstören! Na toll! Deswegen habe ich mich dem Folgen bitte schön geheilt, wenn ich jetzt die Heilung finde! Aaaaaaah! Nein, Natalia! Ich habe dich nicht vergessen! Ich bin doch gerade auf dem Mond und schwer beschäftigt! Oh, hallo! Nee! Okay! So! So! Das musste ich hier aber erstmal! Hier noch mal! Oh! Schön! Äääh! Ääh! 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 Geh die Pui! Hörst du auf doch! Du zappel! Ääh! 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 Moment! Komm mal! картastig Bäm! Der ist mal richtig geil. Oh! Kaputt gegangen. Können wir dann jetzt hier durch? Moment, jetzt haben wir aber zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt einmal hier durch den Spiegel laufen. Oh ja, aber wir können auch hierher gehen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Vielleicht haben wir hier nochmal eine Scarlet-Mission. Äh, was sieht's denn hier aus? Und wieso rumpelt und pumpelt das hier so komisch? Keine Scarlet. Können wir die Sachen hier vielleicht? Ne, nicht so wirklich. Nein, so ein Schuss hält das Klavier aus. Warum auch immer. Toll, jetzt gab's hier hinten gar nichts. Nö, Tatsache. Es gibt hier wirklich gar nichts. Ist mal toll. Ne. Na dann. Na jo! So, dann wollen wir auch mal das Ding austesten. Wow! Na jetzt. Klatsch. Weg mit deinem Schild Weil ich es nicht mag Hörst du auf damit Muss ich dich nicht im Erd verprügeln BAM Jawoll Im Arsch Das war doch eine schöne Kombo Achso das Ding ist einfach so kaputt gegangen Ja warum nicht beim vorbeigehen Beim vorbeigehen bricht es einfach zusammen Was zum Fickeln Wie die haben sich da drin versteckt Verarschen Hörst du auf damit zu machen Das ist doch total scheiß auf mich zu hauen Und der nächste ist weg Jawoll Tut das einfach weil ich kann BAM Na los jetzt hier Geh kaputt Und Bounce Das hat ordentlich Punkte für die Gesundheitsstufe gegeben Ich möchte dich aber hier drücken Hallo Achso Dadurch Auch gut Jupp To be continued Next time at killer is dead Fuck Fuck yeah Hätte ich vorhin schon viel früher töten können Aber ich wollte einfach nicht Weil ich meine Kombo noch hochziehen wollte Aber jetzt bist du voll im Arsch Ich bin etwas rum Weil ich kaputt mehr habe Und ich bin hier Kopf hochgemucht Och man ey Was war das denn jetzt bitte schön wieder Ich bin etwas rum Ich bin etwas rum Ich bin etwas rum Ich bin etwas rum